noch 20 ist machbar ist definitiv machbar ich bräuchte nur mal wieder sprit für meine kettensäge ich da nicht irgendwo gerade wieso gibt es hier keinen spurt für meine kettensäge kettensägen spurt 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 naja leider nicht mal hier weiter weil da ist die drone vielleicht finde ich ja irgendwo hier noch kettensäge oder sprit oder wenn er war dämonischer vorstoß kieser so der aufzug geht nachher noch auf sekunde für den ach das stimmt das ist ja zu heftig wenn man da trifft ist das natürlich direkt schon schweb ah spurt für die kettensäge schweb 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 Ah, der ist nicht so, ich habe einen Schraub, ich habe einen Schraub, ich habe einen Schraub, ich habe einen Schraub. Waaah Wunderbar. Wunderbar. Und noch ein Arm ausgekugelt. Noch scheint es nicht hier wegen zu sein. Stimmt. Der Kerl war ja auch noch da. Ah, das ist blöd. Okay. Oh nein. Für den brauche ich Hunger. Brauche ich allen Sprit, den ich irgendwie auftreiben kann. Ah, shit. Wow. Den mit der Kettensäcke zu killen. Das ist mal ne Aufgabe. Terrorisierte Explosionen in die Schwerzungshaushalt. Der Basis sind verboten. Yes, yes, yes. Nein. Dämonischer Vorstoß. Das hätte funktioniert, wäre sie nicht weggeflogen. Ah, okay. Ach so, ich hab gar keinen Sprit momentan. Vorauswanderung beendet. Sorry dazu. Ähm. Was ist das denn hier? Noch mehr Leben? Wow. Einfach nur in den Kopf sehr matsch. Das ist cool. Moment. Hm. Komm ich jetzt eh nicht hin. Hm. Ah, komm. Hm. Hm. Wollte ich einfach mal gleich das Gauss-Gewehr auspacken. Nein, ich brauch ja immer noch... Ähm. Wie viele? Moment. Ah, nicht mehr so viele. Keine zehn Stück mehr. Sieben. Was genau? Wie sind wir? Mal hier. Genau. Ähm. Ich weiß nicht, wie viel Energie dieser Schuss kosten wird. Aber ich habe das perfekte Opfer dafür. Allerdings würde ich jetzt erstmal... ...eine damit anfangen. Ich bin nicht erwähnt. Ähm. Ich bin nicht gewöhnt. eigentlich zu 100% treffen. Aus dem könnt euch dann die Last Leads dafür bekommen. Oder die nicht Last Leads, sondern Glory Kills. Okay. Jetzt. Wenig Gesundheit. Maximale Gesundheit. Zwei aufgeladene Schüsse. So, ich bin ja 85. 15. Okay. Ist vertretbar. Ich meine, wenn ich nur zwei davon brauche, um so einen Gegner umzunieten, dann lohnt sich das doch schon. Gelbe Schlüsselkarte. Die habe ich noch nicht, ne? Ich habe ja glorischerweise jetzt nicht aufgepasst, oder doch. Da war noch ein bisschen eine Kettensäge. Ich hätte den großen also auch mit der Kettensäge erledigen können. Geht's da lang? Ich gehe hier lang. Ich sollte einen vielleicht mit der Kettensäge umnieten, damit ich wieder Munition habe. Obwohl, jetzt habe ich ja welche bekommen. Da dann... Da dann... Okay. Hier haben wir es gefunden. Ah ja. Ziele ausschalten. Mit niedriger Gesundheit und nur Schild zur Verfügung. Konzentration. Eins. Vier von acht. Ja. Ah, dang it. Ich hätte mehr Schutz einsammeln sollen. Nein! Oh! Das springt viel zu langsam um. Klickst du oben hin, da ist er noch von der Anzeige her unten. Bisschen nervig. Aber was soll's? Bisschen nervig. Neu starten. Rufung starten. Mist, ich muss am Anfang mehr Rüstung sammeln. Sonst kriege ich Probleme mit dem. So. Ah. Sex. Fun. Nein, Schauberz. Gloriker. Übrigens, das war auch ein neuer Kill. Ich hab ihm noch nie einen Zahn ausgerissen. Und ihm dann selbst damit eine verdonnert. Hm. Auch möglich. Hm. Alles klar. Panzer der Offensive. Hm. Ah ja, gut. Was soll's. Ähm. Das hätten wir erledigt. Da haben wir eine... Er hat er eigentlich gefunden. Aber... Die sind ja nicht so... Oder sind die richtig? Nee, gell. Ich bräuchte noch eine Elite-Wache. Aber da hinten bekomme ich ja... Schon wieder ein ganzer Teil davon. Von dem, was ich brauche. Hoffe ich doch zumindest mal. Ja. Perfekt. Noch mal ein paar Glorikals hier. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hm. Hm. Speicherpunkt. Wunderbar. Hm. Tadaaang. Ich weiß, was das nächste Geheimnis ist. Jaaaas. Secrets, 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 recurret. Dann. Dann. Sack. Den hab ich die ganze Zeit nicht gesehen. Der stand die ganze Zeit hinter mir. So eine elenige Nervensäge. Boah. Knapp. Hm. Moment. Wo muss ich da nochmal hin? Achso. Stimmt ja. Hier war das halb rechts. Boah. 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 Ah, wir gleichen es denn jetzt mal aus. Ist ja jetzt nicht so tragisch wenn's. Hallo. ço? Nachladen ist nicht, ne? Gibt ja auch noch wenige Waffen, wo man theoretisch nachladen könnte überhaupt. Wie soll ich das? Ich kann das hier Ja, ich kann das die Chips So, da sehe ich noch einen. Krass, für die gibt es wirklich nur diesen einen Kit. Oh, da musst du echt Glück haben, dass du da nicht über einen Abwunsch springst. Oh, ist der Anna gewesen. Da. Speicherpunkt erreicht. Eine Sekunde. Schön. Schön, schön, schön. Achso. Aufheben, das Datenpaket. Es fehlt mir nur noch ein extra. Eins. Das werde ich wohl noch finden auf dem Weg. Komisch, dass der es nicht geschafft hat, sich zu pulverisieren. Du kannst kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören. Da kommt ich doch tatsächlich sogar rein. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Mist. Ah. Ich muss nochmal hoch. So ein Mist. Ich habe den Kleinen verpasst. Mal wieder. Mal wieder. Dann hätte ich aber bis auf die letzte Wache alles. Mal wieder. Gut. Wir haben neun Punkte. Hm. 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 Landet 20. Direkte Treffer bei Imps. Im Prisonschuss. Warum habe ich das eigentlich noch nicht gemacht? Ähm. Ach, es ist so sein los dabei, das zu machen. Der Raketenwerfer ist doch viel interessanter. Tut das Sumona mit Hilfe der Zielerfassungsseife. Was sind denn Sumona? Info. Was ist da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da. Oh. Das könnte tatsächlich sogar kompliziert werden. Boah. Ich wollte schon sagen, das wäre echt ein Problem, wenn ich da nicht... Zugang gestattet. Wenn ich da nicht hätte reinkommen können. Ach so. Da. So. Aus Bestand ist das Ganze noch viel cooler. Weil man denen noch nicht mal wirklich nahe kommen muss, um die Glory Cills auszuführen. Ja, ich aber noch nicht. Wie komme ich eigentlich noch mal da hoch? Hohohoho, komme ich.